Ich habe jetzt einige schon öfter mal gewünscht und zwar, dass ich bei Cardo bzw. X-Wave öfter mal reingehe. Ich bin bei den letzten Sachen reingegangen. Ich finde die Bearbeitung von den Beats und so weiter sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich hatte nur leider die ganze Zeit Probleme mit, äh, ja, Copyright, ne? Wie immer. So, ich werde es jetzt diesmal nochmal versuchen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber wenigstens mal ausprobieren kann man. Cardo, Bang, White, Gadi. Ja, Gadi! Plugparty. XXX. Oh Gott, darf ich das Video überhaupt gucken? Sind das Dinosaurier? Äh, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein bisschen, also, ne? XXX, dachte ich halt. Okay, produziert von dieser Karta, Karta, Karta und Cardo selber. Video ist produziert von Goodmount Brothers. Ich glaube, das sind Dinosaurier, Mann. Okay. Ah, Palmos Plastik geht hier weiter, oder was? Ah! Das ist doch, äh, Wu-Tang-Clan. Deswegen auch die Dinos, Gravel Pit ist das. We got the gravel pit in dum dum dum. An alle Hoche ist unser Zerbo. Das erkennt man ja sofort. Ja, das ist ja sowas von Wu-Tang, Alter. Relax, flow, Sensei. Ich bin junger. Nachts im Turban. Rauch, Sultan im Bunker. Schlaf einst, don't. Steh auf auf dem Sofa. Wart auf, kurz schlafen im Bunker. Mach unge. Shit! Gotti 099 GG. Shimmy, shimmy, yeah. So wie Audi. Was, was, was? Warum bin ich nicht schon länger Fans von denen? Warum bin ich nicht, was? Was? Bunker, schlaf einst, don't. Steh auf auf dem Sofa. Wart auf, kurz schlafen im Bunker. Mach Umsatz. Oh shit! Gotti 099 GG. Shimmy, shimmy, yeah. So wie ODB. Treff mich ODB. Trinke Codeine. Der Next Wave macht Ries. Diese Stimme klingt wie Dingens bei Hood. Wie hieß der Film nochmal? Ja, Mann. Komm, ich blas hier auch einen für einen Cheeseburger, Alter. Come on. Warum kam da bis jetzt keiner drauf? Finde ich gut, dass da noch keiner drauf kam, weil ich finde, die kommen schon echt gut da drauf. Ich wüsste gerade auch nicht, wer sonst irgendwie auf solchen Beats so Anlehnung mäßig so, weiß ich nicht, vielleicht so ein OG Kimo auf ein bisschen Wu-Tang mäßigen Sachen würde glaube ich auch lecker kommen. Okay, ich muss sagen, die Hucke fällt mir jetzt nicht so hart. Die könnte, weiß nicht. Ich bin bestest Tag, 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 Tag. Ich brauche goldene Zähne, Hälfte der Szene, verkauft seine Seele. KRDO, Post, neuen Drop bei Tele. Ich muss ganz lieber queren, ich mach nur... Boah, SSIO da drauf. Ha, ich bin... Oh, ja, jetzt habe ich es auch im Kopf. Fuck, Sio könnte auf sowas extrem krass kommen. Wieso eigentlich der Untertitel auf Englisch? War der nicht vorhin sogar auf Deutsch? Nee. Ja, international halt, ne? Hagen? Smokeweed, Baby, lieb mich, siehst Lonely. Rauch Frozen wie Zombies, alles Frosty. Egal wo ich bin, immer Frisch und Gotty. Ha! Hagen City bin mit Moor, Metallie. Hagen? Kommt der Bruder auch aus Hagen oder was? Hagen City! Ha! Represent. Yeah! Das ist doch auch wieder ne Anlehnung. Das ist doch auch wieder ne Anlehnung. Ah ha! Dink-dink-dink-dink-party. Ah ha! Close the party, close the party. Ah ha! Close the party. Close the party. Close the party. Ich find die Stimme passt schon geil in die Hook, ist nur zu leise. Vielleicht liegt es an YouTube. Könnte YouTube Qualität sein. Ich bin in seiner Phantasy Ich bin bestes Tag bei dir Geiler Beat, Mann Sehr, sehr cool umgebaut Wirklich Ey, das ist wirklich Ich wusste nicht, dass die sowas auch machen Ich wusste das nicht Ich wusste das nicht Liebe Liebe an jeden Jeden, der Der alte Songs Represented, Alter Geil, Mann Ich brauche nur eine